Bei uns ist Wohnraum noch bezahlbar, die Kinder haben kurze Wege zu schulen und natürlich die Landschaft ist einzigartig. Die Bender GmH ist Weltmarktführer für elektrische Sicherheitsprodukte und wir sind erfolgreicher Pionier in allem, was mit elektrischer Sicherheit in Stromnetzen zu tun hat. Wir wurden Anfang dieses Jahres als Vorzeigeunternehmen des Landkreises Mansfeld-Südort ausgezeichnet und werden jetzt im Dezember auch noch von der IHK Halle Dessau als Top-Ausbildungsbetrieb 2019 geehrt. Wir würden uns über eine Bewerbung freuen, gerne als Elektroniker, als Fachkraft für Elektrotechnik oder auch im Bereich der IT. Besuchen Sie uns am Stand beim Tag der Rückkehrer in der Mammuthalle in Sangerhausen am 27.12. dieses Jahres.